Der, was er mit der Burgen abkommt, der hat sicher Kieferprobleme, extreme Kräfte. Ihr habt es in allen Informationen stehen gehabt, dass es mit der Pyrotechnik ist nicht erlaubt. Und ihr habt es unterschreiben müssen, dass nicht wir als Veranstalter dafür verantwortlich sind, sondern ihr. Ich sag's nur, falls der eine oder andere Polizist da ist und irgendwas aufschreibt. Es sind die selber, die sag's gleich, wer es ist. Es sind die Gershinsdauer Bergsten, wenn's so ist, jawohl. René Prieveneck, der Obmann, Gründung 1992, mit Abstand die älteste Truppe. Was ist denn da für ein Wirbel reinbringend? So geil hat's schon Krampus. Fasten-Schützer ist Martin Weiß und die Auslösung kommt von der Gerber Rheiko. So geil hat's schon mal! So geil! Georg Hoh onun! Bis zum nächsten Mal!